Grüner Rasen, goldene Äpfel und ein Obstsammler. Das ist die unschlagbare Kombi für eine mühelose Apfelernte. Schluss mit dem lästigen Böken, ist auch gut für den Rücken. Und dank dem Obstsammler sammle ich Äpfel im Hand-und-Drehen. Jeder Griff wird zum Glücksgriff und die Kache füllt sich im Nu. Sommerliche Leichtigkeit trifft auf clevere Technik, das ist Ernte mit Wow-Effekt. Mein Obstsammler ist von Gardena, gibt es aber auch von ganz ganz vielen anderen Firmen. Und ich empfehle euch, wenn ihr auch so viele Äpfel immer wieder aufzusammeln habt auf eurer Wiese, legt euch einen Obstsammler zu, denn auch ich mag